Wir schreiben das Jahr 2024. Ein neues Kapitel in der Finanzwelt wird aufgeschlagen. Bettina Orlob schreibt Geschichte. Sie ist die erste Frau an der Spitze eines deutschen Großbankhauses, der Commerzbank. Diese Entscheidung ist bahnbrechend. Sie durchbricht gläserne Decken. Orlobs Werdegang ist eine Inspiration. Sie ist ein Vorbild für aufstrebende Führungskräfte weltweit. Dies ist ein entscheidender Moment für die Commerzbank. Es ist auch ein Wendepunkt für die gesamte Branche. Orlobs Führungsstil bringt neue Perspektiven und einen reichen Erfahrungsschatz mit sich. Ihre Ernennung signalisiert den Willen zu Veränderung und Fortschritt. Die Welt schaut zu. Bettina Orlobs Weg zum Erfolg ist gepflastert mit harter Arbeit und Entschlossenheit. Ihre Reise begann mit einem soliden akademischen Fundament. Sie glänzte in ihrem Studium und erwarb einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre. Doch damit nicht genug. Sie promovierte im Bereich Finanzen und stellte damit ihren Wissensdurst und ihr Streben nach Exzellenz unter Beweis. Ihre akademischen Leistungen waren erst der Anfang. Orlob suchte nach Erfahrungen in der Praxis. Sie heuerte bei McKinsey an, einem weltweit führenden Beratungsunternehmen. Diese Erfahrung erwies sich als unschätzbar wertvoll. Sie verfeinerte ihre analytischen Fähigkeiten. Sie entwickelte ein tiefes Verständnis für komplexe unternehmerische Herausforderungen. McKinsey war eine Kaderschmiede für Orlobs späteren Erfolg. Dort lernte sie strategisches Denken. Diese Erfahrung prägte ihren Führungsstil und bereitete sie auf die vor ihr liegenden Herausforderungen vor. Orlobs Zeit bei McKinsey war eine prägende Periode. Bettina Orlobs Weg führte sie zur Commerzbank. Sie trat der Bank bei, bereit, ihre Fähigkeiten einzusetzen und etwas zu bewegen. Sie stieg schnell auf. Ihr Talent und ihr Engagement waren für alle sichtbar. Ihr Aufstieg innerhalb der Commerzbank war kein Zufall. Er war das Ergebnis ihres unerschütterlichen Engagements für Spitzenleistungen, ihres scharfen Verstandes und ihrer Fähigkeit, sich in komplexen Finanzlandschaften zurechtzufinden. Sie erwarb sich den Respekt ihrer Kollegen auf allen Ebenen und erlangte einen Ruf für ihre Integrität und Arbeitsmoral. Orlobs finanzieller Scharfsinn war unbestreitbar. Ihre Fähigkeit, Finanzdaten zu analysieren, Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, zeichnete sie schnell als aufsteigenden Stern innerhalb des Unternehmens aus. Sie übernahm Aufgaben mit zunehmender Verantwortung. Jede neue Herausforderung brachte neue Wachstumschancen mit sich. Ihr Werdegang innerhalb der Commerzbank war ein Beweis für ihre harte Arbeit und ihre Fähigkeit, die Menschen um sie herum zu inspirieren. Bettina Orlobs' Einfluss auf die Commerzbank war tiefgreifend. Sie wurde zu einer Schlüsselfigur bei der finanziellen Wenda des Geldhauses. Ihre Expertise war entscheidend, um die Bank durch schwierige wirtschaftliche Zeiten zu navigieren. Orlobs' Führung brachte der Commerzbank Stabilität und Zuversicht. Ihre strategische Vision war essentiell. Sie erkannte die Notwendigkeit von Veränderungen, von schlankeren Prozessen und von der Schaffung einer effizientiveren und profitableren Organisation. Orlobs' leitete Kostenmanagement-Initiativen. Sie setzte sich für Innovation und technologischen Fortschritt ein. Ihre Kollegen erkannten in ihr eine treibende Kraft für positive Veränderungen. Sie bewunderten ihre Fähigkeit, schwierige Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig einfühlsam und zugänglich zu bleiben. Orlob führte mit Transparenz und Ehrlichkeit und erwarb sich so das Vertrauen und den Respekt ihres Teams. Ihre Bemühungen trugen dazu bei, dass die Commerzbank für zukünftiges Wachstum und Erfolg gut aufgestellt war. Bettina Orlobs' Führungsstil ist geprägt von Zusammenarbeit und Respekt. Sie glaubt daran, ihr Team zu befähigen und schätzt unterschiedliche Perspektiven. Orlob fördert ein Umfeld der offenen Kommunikation. Sie ist eine gute Zuhörerin und nimmt sich die Zeit, die Perspektiven anderer zu verstehen. Orlob würdigt die Beiträge jedes einzelnen Teammitglieds und erkennt an, dass Erfolg eine Teamleistung ist. Ihre Kollegen beschreiben sie als zugänglich und hilfsbereit, immer bereit zu helfen. Orlob schafft ein Arbeitsumfeld, in dem sich jeder geschätzt und respektiert fühlt. Bettina Orlob ist eine Verfechterin von Vielfalt und Inklusion. Sie weiß um die Bedeutung von Repräsentation in Führungspositionen. Ihre Ernennung zur ersten weiblichen Vorstandsvorsitzenden einer Deutschen Großbank ist ein Beweis für ihr Engagement, Barrieren zu durchbrechen. Orlob ist sich bewusst, dass eine vielfältige Belegschaft eine stärkere Belegschaft ist. Sie setzt sich für Initiativen ein, die die Gleichstellung und Inklusion innerhalb der Commerzbank fördern. Sie glaubt an die Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem sich jeder wertgeschätzt, respektiert und befähigt fühlt, erfolgreich zu sein. Ihr eigener Werdegang dient als Inspiration für aufstrebende Führungskräfte jeder Herkunft. Orlob ist ein Vorbild für Frauen in der Finanzwelt und darüber hinaus. Bettina Orlobs Amtsantritt erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für die Bankenbranche. Die Weltwirtschaft ist mit Unsicherheiten konfrontiert. Der technologische Fortschritt wirbelt traditionelle Bankenmodelle durcheinander. Orlob ist bereit, die Commerzbank durch diese Herausforderungen zu führen. Sie bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit. Orlob ist eine strategische Denkerin. Sie scheut sich nicht, schwierige Entscheidungen zu treffen. Sie setzt sich für Innovation und die Positionierung der Commerzbank für langfristiges Wachstum ein. Eine der größten Herausforderungen für Orlob ist die fortschreitende digitale Transformation der Bankenbranche. Sie hat erkannt, dass die Commerzbank sich anpassen und erneuern muss. Orlob setzt sich für Investitionen in neue Technologien ein. Ihr Fokus liegt darauf, für die Kunden ein nahtloses und benutzerfreundliches digitales Banking-Erlebnis zu schaffen. Bettina Orlobs Reise als Führungspersönlichkeit hat gerade erst begonnen. Sie schreibt bereits Geschichte. Ihr Einfluss auf die Commerzbank und die Bankenbranche insgesamt ist unbestreitbar. Orlob ist ein Vorbild für aufstrebende Führungskräfte überall. Ihre Geschichte ist eine Geschichte von harter Arbeit, Entschlossenheit und dem Streben nach Exzellenz. Sie hat gläserne Decken durchbrochen und Herausforderungen gemeistert. Orlob ist eine Inspiration für Frauen und für alle, die es wagen, groß zu träumen. Ihr Vermächtnis wird von Wandel und Fortschritt geprägt sein. Bettina Orlobs Reise ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Möglichkeiten. Sie verkörpert den Geist des Fortschritts und die transformative Kraft der Führung. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass mit harter Arbeit, Hingabe und dem Glauben an sich selbst alles möglich ist. Während Orlob dieses neue Kapitel aufschlägt, blickt die Welt gespannt zu. Ihre Führung verspricht eine Zukunft voller spannender Möglichkeiten, nicht nur für die Commerzbank, sondern für die gesamte Bankenbranche. Ihr Werdegang ist ein Beweis für die Kraft von Vielfalt und Inklusion. Er erinnert uns daran, dass wir am stärksten sind, wenn wir unsere Unterschiede akzeptieren und gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Orlobs Geschichte wird noch geschrieben.